Hey Leute und herzlich willkommen zu Tag Nummer 13! Ähm, ich hoffe mal, dass der... der Speicher... Ähm, ja. Ein Verbrecher mit einer Taschenhütte und Beut. Und der Rucksack ist auch ganz neu. Aber der passt wenigstens zum Polizisten. Nur der ist am falschen Tag. Egal. Ehm, holen wir einfach mal raus. Da ist er. Und wir sind fertig. Ähm, stabil hinstellen. Ähm, ich hoffe mal, dass mein Speicher nicht voll ist. Auch wenn ich mein Handy mit 128 GB gekauft habe, äh, habe ich eigentlich nur 20, 23 GB übrig. Also, ich bin schon so ein Mensch, der ziemlich viel Speicher braucht. Nicht nur wegen Spielen und so, sondern allgemein. Ähm, ja. Ich habe irgendwie über 400 Apps drauf oder so, keine Ahnung. Die brauche ich aber komischerweise alle. Und ja, jetzt bauen wir ihn einfach mal zusammen. Hier haben wir hier so ein schönes Laserschwert. Ähm, schön, dass der Fokus so toll ist. Ich habe es ihm voll vergessen, tut mir leid. Tut mir so leid. Auf jeden Fall hoffe ich mal, weil ich jetzt die ganzen Tage hier seit dem 7. Dezember jetzt hier aufnehme. Und das meistens irgendwie mehr als 5 Minuten oder mehr als 2, 3 Minuten. Was total scheiße ist. Was ich eigentlich gar nicht will. Tut mir leid. Ähm, ja. Das war es jetzt schon eigentlich hier. Guck mal, mehr braucht er nicht. Da passt nur ein Diamant rein. Guck mal, den kann er sogar aufsetzen. Egal. Guck ich setze ihn auf. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass er jetzt nicht voll läuft. Weil ich jetzt schon seit dem 7. aufnehme. Und heute ist schon theoretisch der 13. Ja. Okay, das war es dann erstmal von den kleinen Männchen hier. Von dem Einbrecher. Der schnell zusammengebaut wird. Hier, da ist er schon fertig. Dafür hat man jetzt hier seine Maske. Und äh, also sein Hut. Das Laserschwert. Er hat den Taschenlampen Teil. Äh, Diamant. Und äh. Sein Taschenlämpchen. Mit 5 Watt. Äh, Quatsch nein. Ähm. Jetzt zusammengebaut. Und ist eigentlich ganz geil. Also wieder ein neues Teil dabei. Was ich nicht kannte. Und äh, ja. Der hat einen Schnaubert. Mhm. Schnaubert. Äh, ja. Okay, das war es von Tag Nummer 13. Und äh, passt irgendwie 13. Bei 13 ist Unglück. Äh, Räuscheln. Ich weiß. Nein. Oh, falsch rum. Ähm, ja. Das war es auf jeden Fall von Tag Nummer 13. Schon wieder. Und wir sehen uns am Beitrag Nummer 15. Bis morgen. Haut rein. Ciao. Ciao.